Ich habe so ein Video mal gesehen, dass da irgendeiner sich so richtig Mühe gegeben hat und was hättet ihr denn tun, die richtig gemacht. Guck mal zu, was du oder was ihr hättet richtig machen sollen, ist einfach das Internet ausschalten, ja, also. Oder auch von meiner Seite weggehen, wenn es euch nicht gefällt, lasst es einfach. Ich wüsste nicht, was ich in meinem Leben hätte falsch machen sollen, ich habe gar nichts falsch gemacht. Verdammter, elender Hurensohn, du Bastard, du Nuttensohn, was erzählst du da? Komm mal, rück mal ein Stück, das ist der Kurs. Weil Spani Wiener muss irgendwie selber für seine Taten gerade stehen.